also leute neben meinem 69 hoodie den ich jetzt endlich mal bekommen habe der noch lange zeit angekommen ist habe ich auch noch ein zweites paket erhalten und zwar weiß ich auch schon was drin ist ja hier ist das paket habe ich auch gar kein karton messer zur hand machen wir das ganze mit dem schlüssel hier ist die rechnung ja und zwar habe ich mir von apowets marke zeige ich jetzt mal und das dort ein paar sachen bestellt es schwärmt ja immer von den sachen ja ich habe immer von den sachen und drei sachen haben wir auf jeden fall auch gefallen zum einen brauchte ich sowieso wieder eine hose den alltag und da gab es ja diese cargo fans die habe ich mir jetzt auf jeden fall bestellt im l gab es die nur noch xl war leider aus schauen wir mal ob die mir passt hier deadstock etwas längere weiße bündel die hose an sich ist auf jeden fall geil hier mit dem reißverschluss unten qualität ist auf jeden fall ok ich werde sachen auch später an probieren und dann zeigen das war die hose gewinnt dann habe ich hier noch roten velour hoodie der ist dann auf balenciaga style eingelebt sich hier hier noch mal deadstock der sollte habe ich auch in l bestellt ja hier mit diesem streifen man kennt am arm der dann weiter geht am bauch und bis zum anderen arm sich auf jeden fall später auch kurz an und dann geht wie das ganze aussieht anfühlen tut er sich auf jeden fall sehr gut dann noch das gleiche hier in schwarz mit einem goldenen streifen bei dem roten hoodie ist er ja mit dem silbernen streifen den fall ich auf jeden fall mehr fühlt sich auf jeden fall gut an der schwarz mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen qualität ist ok ich hab die jetzt gekauft wo die im angebot waren beziehungsweise 20 oder 30 prozent dann habe ich mir das geholt sonst ist an sich schon relativ teuer 60 euro tut mir sagen dann ziehe ich das an gebt mir einen daumen nach oben lasst ein like da abonnier den kanal und ja folgt mir auf instagram also ich habe jetzt hier die schwarze cargo pant an die tasche sieht man ganz gut die weißen langen wendel dazu habe ich die hoodies an ja ist auf jeden fall eine bequeme hose für den preis geht er auf jeden fall fit check das ab und dann würde ich mal sagen ziehe ich noch die hoodies an also freunde wie ihr sehen könnt habe ich jetzt den hoodie an hier mit den streifen an den ärmeln hier die kapuze der streifen hier unten ja das ganze in l passt bei mir perfekt fittet ungefähr wie xl die cargo monster habe ich auch das war passt auf jeden fall sehr gut und ja hier auf balance jaga style ein wenig angelehnt dann würde ich sagen zeige ich euch noch den roten hoodie hier jetzt den hoodie nochmal in rot mit den silbernen streifen der schwarze hatte ja die goldenen streifen hier auch nochmal in der mitte mit der gleichen jeans ist auf jeden fall ein geiler pulli was prozent reduziert link habe ich auf jeden fall in die beschreibung ich kann euch check das ab qualität ist ok und peace so